Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Eurotrack Simulator 2. Wir sind kurz vor dem Ziel. Und liefern jetzt dann die Ladung ab. Ja, halbe Stunde oder so haben wir, glaube ich, noch. Können wir gerade mal gucken. Genau, halbe Stunde haben wir noch. Und dann liefern wir ab und nehmen auch schon die nächste Ladung auf. Zehn Ladungen muss ich dann noch transportieren. Und ja, wie gesagt, ich versuche, also hast du gesagt, wie in den letzten Folgen schon mal gesagt, ich versuche, das Halloween-Event fertig zu fahren. Weiß aber noch nicht, ob ich das schaffe. Müssen wir gucken. Müssen wir echt scha- ähm, schauen. Bitte rechts halten. Ja. Ja. Ja, wenn ihr die Folge hier seht, ist das Halloween-Event schon einige Tage jetzt durch. 14.11. endete es. Was zeigt, ich werde Ups, ordentlich Folgen vorproduzieren müssen. Aber schauen wir mal, ob ich es zeitlich auf die Reihe kriege. Demnächst ist nicht hier, sondern hier jetzt. Ja. Und dann sind wir gleich am Ziel. Ich wollte gerade sagen, ja, kann ich ja auch tanken. Aber ich habe ja eben schon getankt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Haben wir ja schon erledigt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Da ist frei. Da ist auch frei. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Blinken sollte ich noch. So. Okay, das mache ich mal lieber so. Weil das dauert mir sonst zu lange. Dass ich, bevor ich den da... Weil wir müssen ein bisschen natürlich auch auf die Zeit gucken. Dass wir halt ordentlich Aufträge abgeliefert kriegen. Wäre sehr von Vorteil. So, fortfahren. 13 müssen wir machen. Nicht 14, sondern 13. Und 4 haben wir erledigt. So, gucken wir gleich mal nach dem nächsten. Wäre ja schön, wenn das wieder so ein kurzer wäre. Das ist der kürzeste. Okay, ist dann halt so. Da sind wir jetzt ein bisschen länger unterwegs. Okay, wir fahren los. Und dann leider nicht immer so kurze, wie jetzt gerade. Leider, leider, leider. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Ups, dann machen wir mal über den Bordstein. Einfach, weil ich es kann. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wären wir dann ganz hingeleitet. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Biege nach links ab. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Tue ich, ich darf 80. Bitte rechts halten. Wo muss ich denn ganz hin? Ich fahre jetzt allein, wow. 40 Minuten, um überhaupt zum Ding zu kommen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mh, 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 mh. Und dann fahren wir demnächst sicher auch noch sieben oder acht Stunden. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber gut, ist halt so. Sag ich, ich muss dann halt mal gucken, was ich jetzt am Wochenende und unter der Woche so noch fahren kann. Immer geradeaus. Mal gucken, was da so geht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schönes Blacktail. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Habe ich durch. Das fällt jetzt weg. Entsprechend könnte ich dann abends noch ein bisschen ATR, ETS spielen oder so. Mal schauen mal. Ich denke, es ist ja dann schon spätestens Mitte der Woche absehbar, ob ich das noch schaffe oder ob ich es nicht mehr schaffe. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst links abbiegen. Genau. Links. Biege nach links ab. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Oh, Polizia. Demnächst links abbiegen. So. Oh, Polizia. Oh, Polizia. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Mhm. Biege nach links ab. So. Wir sind da. Da ist unser Anhänger. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Tü, tü, tü. So. Die Außenansicht ändert sich halt nichts groß dran. Die Anhänger sehen immer gleich aus. Aber gut. So, was haben wir denn für eine Fahrtzeit? Acht Stunden. Ja, da habe ich ja richtig geschätzt. Habe ich ja richtig geschätzt. Hier jetzt. Biege nach rechts ab. So. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Mhm. Der flinkt. Das ist gut. Passt. Ja, acht Stündchen. Werden wir definitiv nicht diese Folge schaffen. Nächste. Vielleicht. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Biege nach rechts ab. Müssen wir echt mal schauen. Wie wir da durchkommen, ne? Ja. Hm. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, der macht das leider auch. Bei. Und dem können wir vorbeiziehen. Wir waren gerade so einigermaßen im Schwung. Da geht das. immer geradeaus. Hm, hm, hm. Hm, hm. Wunderbar. Achtung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So freie Fahrt ist schon was Schönes. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Hier war mal eine Grenze, glaube ich. Ja, die Fahnen deuten auch ein bisschen darauf hin, ne? Ich glaube, hier war... Hier ist die Grenze. Ja, ist eine. Ja. Eine offene Grenze, aber. Nicht wie nah, aber wir müssen ja gleich noch nach Russland rein. Die ist nicht so offen wie die hier. Bei weitem nicht so offen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich versuch's. Ich versuch's, Helga. Tempomat haben wir jetzt mal reingemacht. Das vereinfacht das doch, wenn man hier so über die Landstraßen gurken... Ich mag das über die Landstraßen gurken, aber... Deswegen, ich bin noch bewusst mit Einstellungen Nebenstrecken unterwegs, auch... ...wenn wir da je nachdem länger verbrauchen. Aber ich glaube, hier oben gibt's nicht wirklich Nebenstrecken. Hier oben gibt's einfach nur eine Route und fertig. Eine Windmühle. Eine Windmühle. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Dies machen wir. Ja, die Tour muss ich jetzt auf jeden Fall auch fertig fahren. Was nicht heißt, dass ich das in dieser Aufnahme machen muss. Aber in dieser Aufnahme-Session natürlich, ne? Oh, wir dürfen sogar 80. Wir durften 80. Hier sind's nur noch 70. Dann machen wir ein Tempomat wieder rein. 50. Vor uns ein Lada-Niva. Eindeutig an der Bauform zu erkennen. Auch wenn natürlich die Markenzeichen fehlen. Weil Lizenz und so, ne? Gibt ja auch entsprechend Mods, die im Prinzip die ganzen Fantasie- oder leicht abgewandelten Firmennamen entsprechend umlabeln zu realen Firmennamen wieder. Würde ich prinzipiell fahren, aber nicht hier auf YouTube. Weil ich habe natürlich auch nicht die Lizenzrechte da dran und wenn das jemand für sich privat macht, ist das immer noch wieder was anderes, als wenn ich das hier auf YouTube offiziell zeige. Kann man leider nicht immer gleichsetzen. Ich weiß nicht, ob es da Probleme geben würde, wenn ich das mache, wenn ich so einen Mod laden würde. Aber ich will es ehrlich gesagt doch einfach gar nicht ausprobieren, ob es Probleme gibt. Ich möchte einfach nur ganz in Ruhe hier meine Touren fahren und glücklich die Spiele spielen. Und keinen Stress damit machen oder verursachen oder haben. Nope. Das ist jetzt so die Einstellung Nebenstrecken, die da natürlich mal wieder passieren kann. Ups. Jetzt habe ich zu sehr aufs Navi geguckt. Weil das mich natürlich dann über die Tankstellen noch leitet. Bisschen doofe Einstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und schade, dass das noch nicht... Es gibt schon seit Ewigkeiten diese Routenführung. Es ist eigentlich schade, dass das noch nicht behoben wurde. Dass Nebenstrecken nicht auch heißt, dass sie mich die Autobahnauffahrt runter und direkt gegenüber wieder hoch geht, dass sie mich da lang leiten. Oder halt hier über Tankstellen. Das ist nicht das, was ich als Nebenstrecke sehe. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit... Ganz ehrlich, nicht? Ach, es wäre schön, wenn das mal noch irgendwann behoben würde. Aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand dran arbeitet. Wahrscheinlich fahren die wenigsten Leute mit der Einstellung Nebenstrecken. Weil... Wenn man die normalen In-Game-Aufträge fährt, dann geht es überhaupt nicht, aber es geht kaum. Weil das zeitlich einfach zu knapp wird. Also man muss wirklich schon diese World of Trucks Touren machen, um das überhaupt machen zu können. Und ich denke mal, da haben es auch die meisten eher nicht eingestellt. Das wäre es natürlich praktisch, die Pro-Mods installiert zu haben. Habe ich aktuell nicht. Weil da sind dann auch eher mal noch Nebenstrecken da, ne? Die man fahrt, die das Spiel nutzen kann. Hm. Und ich sehe, die Zeit ist auch wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, ich sage danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.